aber ich würde es nicht mehr laden, nein ich habe keine Ahnung, zue einfach mal so mit und laufe dann da rechts weiter und hab noch mehr Helme, die ich aufsetzen kann, jehey das wünsche ich mir schon die ganze Zeit, Helme vielleicht mir zu Weihnachten wünschen, 20 Helme Doomstyle Mensch, bleibt weg und noch mehr Helme es fehlt irgendwo Charaktergrafik und sein Charakter massiv mit den Helmen und wir haben oh, sogar 15% aller Secrets es gab wahrscheinlich nur eins und das habe ich auch zu weit gefunden und ich brauche immer mehr als doppelt so lang Refilling Base wieder aufgefüllte Basis äh, äh ja, ich kann Englisch, ich kann es ja, genau mal einen Schluck trinken ok, speichern speichern aufnahme Neustadtdaten ja, ich stoße schon wieder gegen die Decke ich stoße gegen den Himmel der Himmel fällt uns auf den Kopf und ich geh da rein ja nein, ich meine natürlich da 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 uak kein Wunder ist die Basis überrannt worden ist hier ist alles doppelt und ne äh ich kann da nicht drauf springen toll nein, da geht es nicht weiter äh ah, jetzt ist es da oben macht doch alles hin wir schieben sich wieder gegenseitig ah, das ist immer der Stil Türen, nur eine Türen naja, damit rufe ich den auch zu wieder würde ich sagen wenn ich den nochmal brauche oh, scheiße und wo kam der denn her äh scheiße was lernen wir daraus jetzt sollte es sich umdrehen yeah hin und wieder so ein, zwei mal ok also nochmal wir gehen da rein nehmen die Munition mit self das lassen wir liegen und dann gehen wir da öffnen wir die Tür hä ich wüsste jetzt nicht offen was habe ich anders gemacht ich hab da drauf geschossen ich hab da wegen rumgedrückt und ist jetzt offen jetzt ist er offen oah geh weg und wir nehmen noch die Rüstung mit und speichern nochmal ich kenn mich doch ich sterb jetzt gleich nochmal so und wo kam der jetzt her Poki geh weg haa äh geh doch weg echt weeeeg Dooo dart und hallo wir brauchen mehr größeres Kaliber frisst das, du client erwischen wir brauchen jetzt nur noch mit den Knoten rum aber die kleinen werden wir langsam zu unsichern und und hier ist nichts hier hier ist und noch so viel haha du kannst wieder treffen haha ich lach dich aus ich lach dich aus wie du Taurus oder was auch immer du bist ist da noch nichts da nichts da auch nichts das ist immer sehr geizig heute und noch einer ja ich kann ja nicht durchschießen und ich will darauf hehehe oh was ist dann oh nein die Skelette mit ihren Raketenwaffen und der kann der kann mich treffen der kann das ist ungefähr der schießtür deswegen trifft er mich auch und ich hab gleich keine Munition mehr so eine scheiße sterben bist du tot? er ist tot Knochengerüst und jetzt oh Spinne ich hasse diese Viecher aber ich ja nicht so das wahre aber ich glaub ich kann so treffen ja so treff ich es jetzt komm her stirrf noch mehr Gegner und ich töte euch alle das ist Doom wenn ich so weitermache gib mir die Munition aus ich hab schon gedacht ich komm noch nicht mehr raus und da gehts ok ich schau jetzt wo es da noch lang geht tschüss tschüss komm ich auch in den Raum würde ich immer sagen huuuuuh denk mal nix böse und dann steht er hey tsch oah nur so fett wie mit dem Raketenwacker komm geh mal zur Diät du du tschüss tschüss ich komm langsam der unangenehme Teil dann du der Moment wo ich flo bin was war dass ich geh lieber weg Klasse, bin ich schon so gut tot. Die geht natürlich nicht auf. Naja, ganz toll. Also, wieder zurück. Soll ich Munition aufgesammeln? War da noch was? Mir nicht egal. Nehme ich mit. Geh, gekauft. Und dann, dann, da war da eine Schwede. Will ich den umlegen? Ich vermute es mal. Zumindest nicht jetzt im Um. Da frisst das. Der Rest ist trinke. Ach, bin ich mal wieder witzig. Ich bin so witzig. Ich könnte mich selbst tot lachen. Und. Die Tür ist zu. Und nichts. Und die Plasma-Garn. Die Plasma-Woli habe ich schon. Aber Munition brauchen wir immer. Und da ist nichts. Und da drüben ist. Fast genauso viel. Nur ein bisschen weniger. Ah ja. Ich muss den schalten. Und da. Hm. Irgendwie. Meine Rurikikar habe ich nicht. Giftfass. Was ist da drin? Weniger Gift. Das ist der Schaden. Moment. Vielleicht wenn ich den umlege. Und dann. Ja. Ganz schnell hinterlaufen. Ja. Ja. Obrauf. und dann dann auf und dann hoffen dass du nix ist das mich töte nein ich wusste doch ich wusste doch so klar so klar auch noch mehr so viel hier nur noch speichern ich schaue in die falsche richtung